Ah, hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 1! Joa, ach ja, heute ist einfach so ein wunderschöner Tag. Erstmal richtig schön lang geschlafen und dann ins Freibad gegangen, den ganzen Tag. Ach ja, ja und jetzt ist mir gerade ein bisschen langweilig und da die ganzen Parts verbraucht sind, hochgeladen sind, dachte ich mir, ja gut, dann mussten wir wieder aufnehmen, Daniel. Aber darauf habe ich jetzt auch gerade Lust, also passt das ja. Okay, wir sind immer noch auf dieser Insel hier, oder gerade angekommen, wo diese Satellitenschüssel ist, die wir zerstören müssen, um das System von denen auseinander, äh, oder irgendwie durcheinander zu bringen. Komm, so hoch war das jetzt nicht. Ich bin aber gleich im Arsch, nicht gut. Äh, um das, äh, Satellitensystem von denen irgendwie durcheinander zu bringen, damit die total ausflippen und wir einfach, äh, abhauen können. Äh, ja, das hört sich doch ganz gut an. Jetzt fangen ja diese Frame-Einbrüche wieder an, da muss ich mal irgendwas gegen tun. Äh, bedächtig, öh, na klar. Ja, mh, zweiter Weltkrieg. Alter! Hä, haben die jetzt gerade irgendwie den, den, der Fahrer mit dem Schützen gewechselt und dann, ach, keine Ahnung. Oh, es soll mal aufhören, hier so rumzulängen, ist ja ekelhaft. Geht doch. Wollt es nachdem seine Munition, na, okay. Äh, wer war das jetzt? Äh, irgendwie hat er doch gerade gerufen. Hallo? Äh, Alter. Ah, da. Ich hätte auch erstmal die ganze Gegend ein bisschen abchecken können beim Fernglas. Aha. Da ist ein Typis. Überall Typis. Söldner-Typis und aua. Friss die Granate! Bitch! Äh, schade. Oh, aua. Okay. So, die anderen sind alle da hinten. Würde ich sagen, schwingen wir uns mal aufs Boot. Und, äh, dann brause ich da mal hin. Das bootet aber leider keine Raketen. Bisschen schade. Scheiße. Scheiße, das viele. Und tot. Und tot. Und tot. Und tot. Und du auch. Und tot. Ja, was erwarten die denn auch? Die arbeiten hier mit Null-Deckung. Ja, schön an der Anlegestelle. Ja, genau. Wunderfall. Hm, wird nicht blöd. Okay. Na, da wäre ich nichts gewesen. Okay. Okay. Okay, okay. Ich hoffe mal, die ganzen Seltner sind hier jetzt erstmal down. Ja, sieht so aus. Okay. Äh, wird das schon schlecht? Ah, nee. Ich will ja nicht, dass ihr euren Bildschirm voll reiert. Das wäre ja nicht so schön. Ah, eine Weste. Und das Scharfschützengewehr. Das ist natürlich sehr cool. Das tauschen wir gegen die Machete, würde ich sagen. Weil die benutze ich eigentlich überhaupt nicht. Aber jetzt würde ich gerne nochmal Waffen orten, und zwar das, 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 äh, zack, zack, bumm, 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 und bumm, so. Keine Ahnung, ist da irgendwie so ein bisschen unnötig, aber irgendwie brauche ich das auch. So. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier hoch. Da drüben kann man zwar auch noch lagen, wenn man jetzt mit dem Boot in so eine andere Bucht da hinten fahren würde. Aber es wird eigentlich auch selber rauskommen. Die Wege, die kreuzen sich dann einfach nach einer Zeit. Joa. Also viel verpasst man nicht, wenn man jetzt irgendein, nur einen Weg wählt. Wenn man jetzt nicht gerade alles auskundschaften will. Oh, die hätten mich doch hier voll fett mit der MG abknallen können hier. Trottel. Das ist ja nichts passiert. Na gut. Genug Spielerei, aber das muss ja auch mal sein. Das gehört alles dazu. Oh, ist das nicht schön hier, Leute? Schade, dass man hier diese ganzen Typis umbringen muss. Ich würde viel lieber Urlaub machen oder sowas. Ich hätte einen Tipp für Sie, Jack. Entlang der Pfade werden Sie vermutlich auf mehr Widerstand stoßen als im Dickicht. Wenn Sie also im Dschungel bleiben, dürfte das Ihre Überlebenschancen erhöhen. Unpraktisches, nicht wahr? Aber das hätten wir uns irgendwie schon selber denken können, Mann. Ich glaube, der hat ein größeres Problem anstatt ich hier, als dass ich hier rumlaufe. Ich glaube, dem sein größeres Problem ist eher, dass er seine Lippen nicht bewegt beim Reden. Das würde mich wohl fertig machen. Da könnte ich auch eigentlich... Oder? Soll ich? Ich weiß nicht, es sind so viele. Hm, wen von denen nehmen wir als erstes? Dich. Okay. Das hat jetzt mal so als Warnschuss gereicht, denke ich. Weil jetzt schwärmen die alle aus. Da kann ich sie alle hier so wie Rambo, eine nach dem anderen, ausschalten. Ja. Da ist es schon Nummer 1. Beziehungsweise Nummer 2, wenn man den mit der... Sniper mitzieht. Lebt der noch? Hinter dem Stein? Ich glaube schon, oder? Hier kann sich niemand verstecken. Daher kommt mir nicht, Leute. Das war die Macht des Röntgenblicks. Und das ist ein Fass, so wie es aussieht. Oder? Was ist das? Ach ne. Hier ist aber ein Fass, ein gelbes. Das ist nur einer auf der Treppe. Auf der Treppe und hier links irgendwo. Dem. Was ist mit dem los? Hallo, hier bin ich. Hier. Genau, vor deine... Ah! Ja, das war... Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Taktik, aber... Da hat er dann doch verkackt. Da war doch gerade einer. Quats, tot. Mission, Granaten. Hey, Granat hin. Ja, alles so schöne Positionen. Hätten sie mich direkt hier abfangen können? Nee. Sie schwärm einfach aus und lässt sich einer nach dem anderen abknallen. Voll dumm. Was ist denn das hier? Alles verkommen hier, wie das alles aussieht. Voll krass. Oh, da kann man jetzt auch nochmal zwischen zwei Wegen wählen. Kann man einmal hier diesen Aufzug nehmen. Oder hier rechts lang. Und ich gehe einfach mal hier rechts lang. Weil ich mich da langsam hocharbeite. Und ich denke mal, das ist besser. Hat da nichts zu reden? Hier ist vermutlich gar nichts passiert. Bestimmt haben hier nur ein paar Soldaten darauf gewartet, dass die Hitze vorüber geht. Genau wie wir. Könnte gut sein. Vermutlich war ihr Boss nur nicht halb so irre und seltsam wie dieser Krieg... Niemand ist so seltsam. Was ist hier los? Da kommt irgendwie genau auf mich zu. Hallo, was ist denn mit denen los? Alter. Läuft einfach mal auf mich zu. Ja. Wohin hat denn der geguckt, bitte? Oh, scheiße. Oh, fuck! Granate! Ah! Heilige! Tja, genau. Selber nicht so viel. Scheiße. Da. Ich glaube, da oben ist irgend so ein Sniper-Typi. Und der hat mich eben gerade schon abgeknallt. Weil ich habe mit einem Schuss ziemlich viel... Ja, das ist ja. Ziemlich viel Schaden bekommen, so. Das kann der sich jetzt einfach mal abschminken. Und das heißt auch ein bisschen Sniper-Munition. Für mich, was ziemlich praktisch ist. Denn man kann ja nie genug haben. Speichere Spiele. Cool. Immer her mit dem Scheiß. Her damit, her damit. Fünf. Okay, dann gucken wir mal von hier aus, was wir hier alles so erreichen können. Ah, die Ballern hier schon wieder auf mich drauf. Mann, kein Moment der Ruhe. Aber die treffen Gott sei Dank nicht. Ja, dieser Typ. Bats. Äh. Und du? Was ist denn das? Ein Cyborg, oder was? Düdüd. Roboter. Nein! Erwischt. Komm, Schott. Oh ne, komm schon, haben wir gesagt. Ah, da ist der Nächste. Guten Tag. Shit. Nimm dies. Nimm dies. Nimm das. Nimm du das. Öh. Er hat überlebt. Was? Das glaube ich nicht. Alter. Boah, hallo. Oh, endlich, ey. Was war mit dem los? Hat den ganzen Sniper-Schuss gefressen. Tja. Nee, nee, nee. Das konnte ich gar nicht ab, solche Leute. Okay. Und ein bisschen Munition, noch ein bisschen Munition. Äh. 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 Ja, wer hätte es denn sonst erwartet? Die Hobbyliegen kann ich nicht so leer aus. Okay. Äh, hier ist glaube ich nichts, aber ich gehe jetzt was mehr hoch. Hallo. Ah. Das ist für dich. Ah. Ah, cool. Medipack. Eingezielter Kopfschuss. Na gut, ich habe zwar ein paar Versuche gebraucht, aber hey. Was ist denn das? Für ein Kunstwerk. Schauen wir doch mal. Ich hole Verstärkung. Du machst gar nichts. Ach, scheiße. Die mit ihren Kack-Blendgranaten. Jetzt kommen die Hubschrauber an. Das weiß ich jetzt schon. Ja, ich höre es doch schon. Gut, die Pistole tauschen wir jetzt mit diesem geilen Ding hier. Zack. Das brauchen wir gleich. Was zur Hölle machen wir jetzt? Warten Sie. Warten Sie. Gehen Sie. Nicht. Die Pistole war zwar eigentlich ganz gut, aber... Oh nein. Scheinen von Norden hier zu kommen. Das sind ja gute Neuigkeiten. Super. Das war bis ein Hupe. Was schicken die hier für Geschütze auf mich? Alter. Also ich muss jetzt warten, bis der irgendwie das System geknackt hat hier. Und, äh, ja. Damit sich die Türen da öffnen. Scheiße. Was schießen die denn? Wow. Alter. Ich glaube, da unten ist irgend so in der Bucht so ein Schützenboot. Das hat mich voll abknallt. Aber ich will jetzt auch nicht diese coole Raketenwerfer-Munitionen für verschwenden. Weil die eigentlich, äh, ja. Ich muss jetzt... Oh, aber hierfür. Obwohl. Die drehen auch alle gleich wieder ab. Die setzen nur ein paar Leute ab. Und, äh... Wir müssen ja dann nur hier drin verschwinden, sobald die Tür offen ist. Das ist eigentlich kein Ding. Es kommt aber irgendwie niemand hierher. Sollte mich nicht stören. Uiih! Das war's. Das Sicherheitssystem ist geknackt. Waaah! Okay. Waaah! Geschafft. Die Beta-Versuchsreihe scheint vielversprechender zu verlaufen, als ich es erwartet hatte. Die Versuchsobjekte zeigen überlegene Fähigkeiten, sind ansonsten aber etwas instabil. Ich fürchte, dass wir sie nur schwer kontrollieren können. In der Hoffnung, dass die Versuchsobjekte eine Affinität zu mir entwickeln, habe ich Teile meiner eigenen DNS als Trägersubstanz verwendet. So wird es mir vielleicht gelingen, sie besser zu kontrollieren. Die nächste Testreihe kann in Kürze beginnen. Oh, oh, das sieht gar nicht gut aus. Gut, äh, ganz kurz mal ne Pause gemacht und die Zeit mal gecheckt. Jo, äh, diesen Typ hier knallt mir noch ab. Ah! Oh, tot. Ja, äh, ich laber mich nicht voll. Bringen Sie eine Sprengladung daran an und der ganze Laden fliegt in die Luft. Eine Sprengladung, ja, natürlich. Zum Glück habe ich zu Hause ein paar eingepackt. Die Söldner benutzen Sprengladungen, um Teile der Insel zu holen. Wenn Sie sich da gut umsehen, werden Sie sicher eine finden. Ja gut, und wir machen dann genau hier im nächsten Part weiter. Und, äh, ja, wir sehen uns dann, ne? Tschüss! Und, äh, wir sehen uns dann, ne? Wir sehen uns dann, ne? Und, äh, wir sehen uns dann, ne?